Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker mit Mumien Chants in der Glutspitze. Offscreen habe ich mich dazu entschieden, dass ich nur noch diese Server hier schaffen werde und das 100% Ziel offscreen, weil... Das habe ich letztens bis hier zu... Nee, ich bin nicht der Fan von diesem Level. Ich muss ja auf so vieles achten und das schaffe ich einfach während ich gleichzeitig aufnehme einfach nicht. Deswegen versuche ich mir einfach in dieser Folge dieses Level irgendwie durchzukriegen. Halt ihn weg. Da fängt er schon mal gut an. Nämlich gar nicht. Ich komme da gar nicht hin. 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 Ich möchte das sicher auch mal Münchsen sein. Nein. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin. Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich hasse dieses Level. Abgrundtief. Das ist ja schon mal besser. Ah. Du bist. Du bist. Du hast nicht mehr. Oh, das war gut. Yes, nein, 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 nein. Oh, Mist. Aber wir haben es gleich geschafft. Schnell, 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 schnell. Das ist ja auch so, dass wir es selber geschafft haben. Das sind die 20 Münzen da unten. Die Erinnerung an unser Abenteuer. Episode 1, Prolog. Jetzt sehen wir die ganzen Prologe. Das ist jetzt was zum Entspannen. Ach, da ist was. War mal schon, Toadette. Ich möchte das hier so richtig genießen. Ich habe alles begonnen. Und das bedeutet einfach, wo wir wieder empfiehlt. Ach, das gibt ein Tod, logo. Herzlichen. Episode 2, Prolog. A löschen. Das ist mein Nix. Ich komme ja schon da jetzt. Ja, ja! Oh, ja! Und die Pippe endet. Ja! Oh, 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 oh! So, und Episode 3, Polo. Auf der Rampung. Wollen wir mal kurz rumgucken. Was habe ich gesehen? Was macht sie nützen? Wollen wir mal kurz rumgucken? Wollen wir mal kurz rumgucken? Wollen wir mal kurz rumgucken? ? Wollen wir mal kurz rumgucken? Wollen wir malracyraffeln? Wollen wir mal kurz rumgucken. Pbau! . Captain Storm 3 Dreshrad 64 Dresha Drega. ich habe den geheimen golf jetzt gar nicht gefunden was ist das nächste jetzt nicht muss ja alle bonusaufgaben schaffen hier weiter zu kommen und ich bin hier der gold mit sehzeit der legend wirklich nicht so viele platze gibt sie gar nicht zu verstecken ein ein Ja, ich fangt ihn. Das war's für heute. Nie! A-A-A-A... Aber warum es sich die anderen Seite nicht? muss ich immer aus wir können auch nicht verlangen ist ja von der prozent machen 20 minzen für mich nicht treffen das krieg vom pilz sehen ich guck mich das mache es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 rum etwas rum. Nein. Mist. Ich hab die unten vergessen. Ach Mist. Die unten komplett vergessen. Ach Mist. Ja gut. Ist blöd. Gut. Aber dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle mache ich das Offscreen. Das ist heute dann eine etwas kürzere Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich die restlichen Level hier hoffentlich freigeschaltet habe, wenn ich hier 100% habe. Bis dahin. Tschüss. Clock ist noch viel lại. vehicles sind immer��. Aber dann würde ich es gerne vorlesen. Heute geht das приблизities ist sehr her toeschenbegrün und so이가 mit einer